Hallo, ein wichtiges Thema aus der Schulmathematik ist der Umgang mit Wurzeln beziehungsweise mit Potenzen mit nicht ganzzahligen Exponenten. Dazu möchte ich ein paar Rechenregeln aufschreiben und Ihnen insbesondere verraten, warum Sie Wurzeln eigentlich gar nicht brauchen. Dazu Wurzeln und Radizieren. Das Radizieren kommt natürlich von Lateinisch Radix. Die Wurzel oder die Bayern wissen das, sie kennen auch den Radi. Wir starten mit einer Gleichung. Gesucht ist eine Zahl x, für die gilt, dass das Quadrat dieser Zahl, also x mal x, gleich eine gegebene Zahl ist. Und für den Anfang setze ich jetzt mal voraus, dass diese Zahl a eine beliebige reelle Zahl ist, die aber nicht negativ ist, also größer gleich 0. Dann kann ich sagen, dass das Äquivalent ist dazu, dass die Zahl x, die gesuchte Zahl, plus oder minus die sogenannte Quadratwurzel aus a ergibt. Das ist jetzt genau dieses zusätzliche Symbol, das man zur Lösung dieser Gleichung einführt. Einfach deswegen, weil das auch nicht im Allgemeinen durch Brüche dargestellt werden kann. Aber dazu hören Sie wahrscheinlich in Ihrer Mathevorlesung dann noch im Detail mehr, warum das so ist. Das ist eine spannende Frage natürlich. Das ist die sogenannte Quadratwurzel aus a. Ein paar Beispiele dazu. Die Quadratwurzel aus der Zahl 9 entspricht dann, wenn man es umdeutet in diese, in diese, eine Lösung dieser Gleichung. Ich suche eine Zahl, die ein Quadrat 9 ergibt. Das ist natürlich 3. Und beispielsweise die Quadratwurzel aus 196 bis 14, Quadratwurzel aus 169 bis 13. Das weiß man, wenn man in der Schule irgendwann mal Quadratzahlen auswendig gelernt hat, bis 20. So, und die Frage ist jetzt aber, was passiert denn, wenn Sie unter dieses Quadratwurzel-Symbol eine Zahl schreiben, bei der es keine Zahl gibt, die diese Zahl hier ergibt, also sprich, wenn das keine Quadratzahl ist, naja, dann kann ich das zwar in den Taschenrechner eintippen. Ich kriege da aber auch nur ein ungefähres Ergebnis raus in dem Fall. Das ist nämlich eine von diesen berühmt-berüchtigten irrationalen Zahlen, also kein Bruch, der da dahinter steckt. Ein paar Rechenregeln zu diesen Quadratwurzeln. Angenommen, wir haben zwei positive Zahlen. Dann gilt, dass die Wurzel, die Quadratwurzel aus dem Produkt dieser beiden Zahlen gleich der Quadratwurzel aus A und der Quadratwurzel aus B ist. Und das Ganze funktioniert auch mit Brüchen. Wenn ich einen Bruch habe, A geteilt durch B und daraus die Quadratwurzel ziehen möchte, dann können Sie auch in diesem Fall die Wurzel auf den Zähler und den Nenner jeweils aufteilen. Das ist dann die Quadratwurzel aus A geteilt durch die Quadratwurzel aus B. An der Stelle vielleicht ein Hinweis. Die Quadratwurzel einer positiven Zahl ist positiv. Die Lösung dieser Gleichung, x² ist gleich A, besteht aus den beiden Lösungen, einmal der positiven Wurzel und einmal dem negativen Pendant. Das Ergebnis der Quadratwurzel ist immer positiv, aber die Gleichung hat eben zwei Lösungen. Manche Leute bringen aus der Schule, versehentlich offensichtlich oder ein bisschen haben das Missverstanden, bringen die Aussage mit, dass die Quadratwurzel aus 9 beispielsweise plus oder minus 3 ist. Das ist falsch. Die Quadratwurzel aus einer positiven Zahl ist immer positiv. Nur die Lösung dieser Gleichung sind eben zwei Zahlen. An der Stelle kann man auch noch das beliebte Achtung wieder mal einblenden. Ein beliebter Fehler, der an der Stelle gemacht wird. Wie üblich, es wird plus mit mal verwechselt. Diese Rechenregel, Wurzel aus A mal B, kann man nicht übertragen auf die Summe. Wurzel aus A plus B ist im Allgemeinen natürlich nicht das gleiche wie Wurzel A plus Wurzel B. Wenn wir uns ein Beispiel dazu aufschreiben, sehen Sie das exemplarisch. Die Quadratwurzel aus 16 plus 9 entspricht dann der Quadratwurzel aus 25 und das ist natürlich plus 5. Wohingegen die Quadratwurzel aus 16 plus die Quadratwurzel aus 9, 4 plus 3 gleich 7 ergibt. Also offensichtlich nicht das gleiche. Deswegen meine Warnung, bitte verwechseln Sie nicht plus mit mal. Bild an vielen Stellen, aber an der Stelle wird es oft gemacht. Eine übliche Technik beim Umgang von Wurzeln in Brüchen ist das sogenannte Rationalmachen von Nennern. Das möchte ich auch kurz exemplarisch nochmal zeigen. Angenommen wir haben einen Bruch, Quadratwurzel aus 2 geteilt durch die Quadratwurzel aus 3 und jetzt möchte ich keine Wurzel im Nenner stehen haben. Dann habe ich die Möglichkeit, diesen Bruch zu erweitern und zwar jeweils dieser Zahl im Nenner, also Wurzel 3 in dem Fall. Habe ich hier stehen Wurzel 3 mal Wurzel 3 im Nenner. Wurzel 3 mal Wurzel 3, das ist wieder 3. Das heißt, ich habe dann oben den Wurzel 6 geteilt durch 3 und bin damit die Wurzel im Nenner los. Damit ist der Nenner rational. Typischerweise schreibt man das dann als ein Drittel mal Wurzel 6. Noch ein klassisches Beispiel, über das manche Leute ab und zu stolpern. 2 geteilt durch Wurzel 2, auch so eine Situation. Sie haben eine Wurzel im Nenner, wollen die nicht haben. Hier habe ich den glücklichen Fall, dass der Zähler zerfällt in Wurzel 2 mal Wurzel 2. Wurzel 2 mal Wurzel 2 ergibt ja gerade 2. Und dann kann ich kürzen hier mit unserem Nenner, mit dem Wurzel 2 im Nenner. Und damit bleibt dann in dem Fall nur noch Wurzel 2 übrig. 2 geteilt durch Wurzel 2 entspricht Wurzel 2. Das Ganze kann man auch manchmal anwenden, wenn man den Ausdruck mit Variablen dastehen hat. Zum Beispiel sowas wie x plus Wurzel y geteilt durch x minus Wurzel y. Da tue ich mir nicht ganz so leicht. Ich kann jetzt nicht einfach nur mit dem Nenner erweitern. Das würde mir nichts bringen. Mit der binomischen Formel hätte ich dann immer noch eine Wurzel im Nenner. Wenn ich die Wurzel hier loswerden möchte, verwende ich als Trick die dritte binomische Formel. Das heißt, ich erweitere diesen Nenner mit x plus Wurzel y. Ich habe dann im Zähler stehen x plus Wurzel y mal x plus Quadratwurzel y. Und damit kann ich im Nenner durch die dritte binomische Formel, das ergibt ja x Quadrat minus Wurzel aus y zum Quadrat. Also dann x Quadrat minus y. Im Zähler habe ich es nicht ganz so gut. Da habe ich nur eine binomische Formel. Die kann ich ausrechnen, muss ich nicht. Ich rechne es immer aus. Eine Wurzel bleibt stehen in dem gemischten Term. Das ist dann x Quadrat plus 2x Wurzel y plus Wurzel y zum Quadrat ist dann wieder y. Eine Anmerkung noch. Wenn ich eine Zahl quadriere, eine Zahl x beispielsweise, und dann anschließend die Wurzel draus ziehe, könnte man ja mit einem ähnlichen Argument, wie ich es da oben gerade gemacht habe, sagen, naja wunderbar. Dann erhebt sich das Quadrat in die Wurzel gegenseitig weg und dann kommt da x raus. Das stimmt aber nicht. Zum Beispiel, stellen Sie sich vor, wir nehmen die Zahl minus 3. x soll minus 3 sein. Na, da würde ich ja jetzt erwarten, zuerst quadrieren und Wurzel ziehen, dann kommt die Zahl selber wieder raus. Also minus 3 stimmt aber natürlich nicht, weil wenn ich minus 3 quadriere, kriege ich plus 9 raus. Und wenn ich aus plus 9 die Quadratwurzel ziehe, ergibt das plus 3. Das bedeutet, hier oben muss ich, damit der Ausdruck hier korrekt wird, die Gleichung stimmt, einen Absolutbetrag noch hinschreiben. Also zuerst quadrieren, dann die Quadratwurzel ziehen, funktioniert genauso, wie wenn Sie einen Absolutbetrag ziehen. So, jetzt ein paar Bemerkungen zu Potenzen mit nicht ganz zahligen Exponenten. Und was hat das mit den Wurzeln zu tun? Wir starten wieder mit zunächst einer Ausgangssituation einer nicht negativen Zahl. A soll größer gleich 0 sein. Und wir haben erstmal eine ganze Zahl, die aber nicht 0 sein soll. Ich gehe wieder von einer Gleichung aus. In dem Fall ist die gesuchte Zahl, wird mit dieser ganzen Zahl n potenziert. Und dieses x hoch n soll dann genau a ergeben. So, und jetzt mache ich diesen Implikationspfeil aber in diese Richtung und sage, Wenn x die Lösung einer solchen Gleichung ist, und ich schreibe jetzt bewusst da nur eine hin, könnten auch mehrere sein. Also wenn x die sogenannte Ente-Wurzel aus a ist, das ist unsere Notation als Lösung, dann gilt, dass diese Gleichung erfüllt ist. Andersrum nicht unbedingt, da kommen wir später nochmal drauf. Okay, das Ding nennt man den sogenannten Wurzel-Exponent. Das hier ist der sogenannte Radikant. Und wenn Sie so ein Gebilde sehen, dann können Sie das lesen als die Ente-Wurzel aus a. Man spricht dann auch allgemein vom Radizieren oder vom Wurzelziehen. Im Unterschied zur Quadratwurzel haben Sie jetzt eben hier eine beliebige Ente-Potenz der gesuchten Zahl. Als Beispiel nehmen wir die Gleichung x hoch 3 ist gleich 8 und in dem Fall gilt sogar äquivalent, im Spezialfall, dass x gleich der dritten Wurzel aus 8 ist. Zumindest in den realen Zahlen ist das so. Und das ist natürlich 2. Ja, ich überlege mir jetzt, was wäre denn, wenn ich dieses neue Symbol mit dieser Enten-Wurzel, wenn ich das schreiben würde als die Wurzel aus 8, als 8 hoch ein Drittel. Und als weitere Annahme nehme ich noch dazu die Potenzrechenregeln für ganzzahlige Exponenten. Potenzrechenregeln auch für nicht ganzzahlige Exponenten gelten. Was wäre dann? Dann könnte ich doch sagen, in unserer Gleichung von oben, im Beispiel x hoch 3, da weiß ich ja, die Lösung ist die dritte Wurzel aus 8 hoch 3. Ich habe jetzt hier dieses x ersetzt durch die dritte Wurzel aus 8. Und jetzt schreibe ich, gemäß meiner Annahme, diese dritte Wurzel aus 8 als 8 hoch ein Drittel. Entschuldigung, natürlich nicht hoch 3, hoch 8, sondern hoch 3. Ja, und jetzt wende ich die Annahme in der Klammer an. Die Potenzrechenregeln gelten. Ich habe hier eine verschachtelte Potenz. Ich darf die beiden Exponenten miteinander multiplizieren. Ein Drittel mal 3 und das ist dann natürlich wieder 8 hoch 1 oder 8. Also offensichtlich macht das Sinn, diese Annahme zu treffen. Und ohne das jetzt zu vertiefen, gehen wir davon aus, dass das im Allgemeinen gilt. Also können wir aufschreiben, die n-te Wurzel aus a lässt sich schreiben als a hoch 1 durch n. Das Ganze lässt sich jetzt natürlich noch ein bisschen erweitern. Ich schreibe mal ein paar Beispiele dazu auf. Ihr könnt mir jetzt überlegen, dass a hoch g durch q ich auseinanderziehe mit den Potenzrechenregeln. Ich bin da jetzt mittlerweile schmerzfrei und akzeptiere da sämtliche reellen Zahlen sogar als Exponenten. Also können wir dafür schreiben a hoch 1 durch q mal g hoch auseinandergezogen. Und jetzt wende ich wieder die Potenzrechenregel an. Das ist dann a hoch 1 durch q in Klammern hoch p. Und dieses a hoch 1 durch q könnte ich jetzt als die q-te Wurzel aus a schreiben. Und das Ganze hoch p. Das Ganze kann man natürlich auch mit Zahlen machen. 4 hoch 7 halbe beispielsweise. 4 hoch 3,5. Das wäre dann zum Beispiel die zweite Wurzel aus 4 hoch 7 Quadratwurzel. Oder die zweite Wurzel aus 4 ist 2. Und 2 hoch 7 ist 128, wie die Informatiker wissen. So, was ist zum Beispiel 16 hoch 1,5? Das ist 16 hoch 3 halbe. Gleicher Trick. Ich ziehe zuerst die Wurzel. Wurzel aus 16 und potenziere dann danach. Dann haben wir 4 hoch 3. Das ist 4 mal 4 mal 4. Das ist 64. Oder wir haben 16 hoch minus 1,25. Das sind minus 5 Viertel. Kann ich das Minus, müssen wir aus den Potenzrechenregeln sorgt dafür, dass ich den Kehrwert bilden kann, um das Vorzeichen im Exponenten umzudrehen. Dann haben wir 16 hoch 5 Viertel. Auch hier kann ich jetzt im Nenner zuerst die vierte Wurzel ziehen. Dann haben wir 16, vierte Wurzel aus 16. Und das Ergebnis wieder hoch 5. Und die vierte Wurzel aus 16 ist natürlich 2. Also haben wir 2 hoch 5. Gleiche Zahl ergibt 4 mal mit sich selber multipliziert 16. Und 2 hoch 5 ist 32, also haben wir ein Dreißigstel. Noch ein Beispiel mit einer Variablen. A hoch 3 Achtel geteilt durch A hoch 1 Achtel. Da kann ich jetzt durch die achte Wurzel, hier unten, da oben haben wir auch eine achte Wurzel. Wichtig ist, ich kann die wegen der Potenzrechenregeln und der gleichen Basen zusammenfassen. Die Potenzrechenregel heißt, Exponent des Zählers minus Exponent des Nenners. Sagen wir A hoch 3 Achtel minus 1 Achtel. Das sind 2 Achtel, also 1 Viertel. Oder für die Wurzelfans die vierte Wurzel aus A. Ich möchte noch auf ein paar Sonderfälle eingehen. Wir gehen wieder von der Gleichung X hoch N ist gleich A aus. Und sagen jetzt der Einfachheit halber mal, der Exponent hier der gesuchten Zahl soll natürlich sein. Also 1, 2, 3. Und jetzt unterscheide ich den Fall, dass das A größer oder gleich 0 ist. Und dann unterscheide ich nochmal jeweils, ist das N gerade, sprich eine natürliche Zahl 2, 4, 6, 8 und so weiter. Oder ist das N ungerade. Wenn das N gerade ist, dann haben wir in dieser Gleichung zwei Lösungen im Reellen. Und diese beiden Lösungen sind dann plus oder minus die N-T-Wurzel aus A. Das heißt, wenn Sie beispielsweise eine Gleichung X hoch 4 gleich 16 sich anschauen, plus A ist größer oder gleich 0 und wir haben einen geraden Exponenten, dann ist das gleichbedeutend äquivalent dazu, dass X plus oder minus 2 beträgt. Wenn hingegen das N ungerade ist, dann haben Sie nur eine Lösung dieser Gleichung im Reellen. Und die Lösung ist dann plus die N-T-Wurzel aus A. Beispielsweise unsere Gleichung von vorhin, X hoch 3 gleich 8. Die hat nur eine Lösung, nämlich plus die dritte Wurzel aus 8 und das ist 2. Die negative Lösung funktioniert hier nicht, weil durch diesen ungeraden Exponenten bleibt das Vorzeichen erhalten. Wenn ich also minus 2 hier einsetzen würde, käme nicht plus 8 raus, sondern minus 1. Dann gibt es noch die zweite Variante. Das A könnte auch negativ sein. Und wenn das A negativ ist, dann gibt es auch wieder die beiden Fälle, dass das N gerade oder das N ungerade ist. Also 1, 3, 5, 7, 9 und so weiter. Wenn das N gerade ist, dann haben wir gar keine Lösung. Und wenn das N ungerade ist, haben wir immer noch eine Lösung. Und das ist auf den ersten Blick bei manchen Leuten ein bisschen verblüffend, weil sie haben vermutlich in der Schule eingebläut bekommen, dass unter einer Wurzel nie was Negatives stehen darf. Das stimmt natürlich nicht im Allgemeinen. Da kommt nämlich plus die N-T-Wurzel aus A raus. Wenn Sie sich jetzt stören an dem Plus, wo wir doch hier eine negative Zahl stehen haben, kein Problem. Diese N-T-Wurzel aus A ist in dem Fall natürlich negativ. Das Beispiel dazu könnte sein x hoch 3 gleich minus 8. Und selbstverständlich haben wir da eine Lösung, und zwar genau eine, nämlich x gleich minus 2. Minus 2, dreimal mit sich selber multipliziert, gibt genau minus 8. Das ist genau die Lösung, die ich brauche. Und das ist gleichzeitig natürlich die dritte Wurzel aus minus 8. Und wenn Sie da jetzt immer noch eine Scheu davor haben, eine Wurzel aus einer negativen Zahl zu ziehen, keine Angst, probieren Sie es aus, kippen Sie es in Ihren Taschenrechner ein. Dritte Wurzel aus minus 8 ist völlig in Ordnung. Natürlich gibt es da ein reelles Ergebnis.